Peter Reseteritz, Lesung im Literaturhaus Mattersburg. Es liest Susanne Rousseau. Ich war knapp dran. Kurze organisatorische Vorbesprechung mit der Leiterin des Hauses. Ich ging einen schmalen Gang entlang und betrat den Lesebereich. Ein angenehmer Raum präsentierte sich, hell, mit viel Holz und Büchern. Er litt nicht gerade an Überfüllung. Am gegenüberliegenden Ende zwei Männer an einer grossen Fernsehkamera. Ich legte mein Manuskript auf den Tisch und ging auf die Toilette. Mehr aus Nervosität, denn aus Notdorft. Zurückgekehrt ging ich zu den Fernsehleuten. Sagen sie, wann sind Sie denn mit dem Abbau der Kamera fertig? In wenigen Minuten beginnt hier eine Lesung. Ein dicker Typ glotzte mir entgegen. Was heißt Abbau? Wir bauen gerade auf. Wie bitte? Hinter dem Dicken ein Dünner. Wir sind vom Oaref. Wir nehmen da jetzt den Peter Resetaritz auf. Allergrösste Verwunderung. Irrtum, meine Herren. Ich lese jetzt hier Resetaritz mein Name. Peter Resetaritz. Entgeisterte Gesichter. Der Dicke leicht verärgert. Na super, das schaut jetzt wieder einmal gut aus. Der Dünne. Ja, was machen wir denn da jetzt? Der Dicke starrte ins Leere. Aus seinem Nirvana zurückgekehrt meinte er, Ah was, ah schon wurscht, dann nehmen wir heute den Resetaritz auf und lächelte mich freundlich an. In dem Moment war ich von der Flexibilität und spontanen Entschlusskraft des österreichischen Rundfunks vollends begeistert. Und so kam ich unverhofft zu einer Fernsehaufzeichnung, die nie gesendet wurde und in irgendeinem Archiv längst schon vergammelt ist.